So, man wird es kaum glauben, jetzt im Kettering hier direkt für uns für Hitmaker Melanie Sonnton und Oh, da kommt es gerade an! Hi! Hi! How are you doing? Great, and you? Okay, thank you! Hey, take a seat. Are we going to sit down? Okay. Okay. Hey, last time we met each other. Das letzte Mal, dass wir uns trafen, das war Weihnachten. Erinnerst du dich? Ähm, welche Show war das? Das war The Dome. Jetzt ist Ostern vorbei. Was ist eigentlich in der Zwischenzeit so mit dir passiert? Ähm, in between, let's see, I got married in between that. Really? Cool. Also, das Wichtigste, ich habe am 15. Januar geheiratet und natürlich, ich habe eine Single rausgebracht und echt gute Erfolge damit gehabt. Da bin ich wirklich happy. Und jetzt hast du ein Album gemacht, Ready to Fly. Was für Musik ist denn da so drauf? In verschiedene Musikrichtungen. Tanzbare Musik, An-V, Balladen und auch einige Rockstücke. Ah, wirklich? Ja. So, ein bisschen was für alle. Welche Musik magst du mehr? Die Dance-Stücke oder die Balladen? Ich mag sie alle. Es berichtet auf den Mood, die ich in bin. Ähm, das hängt von meiner Stimmung ab. Aber die Dance-Tracks mag ich etwas leer. Welchen Song wirst du heute Abend hier spielen? Meine neue Single hat mich. Und auch Love How You Love Me. Und ich werde Love How You Love Me auch machen. Ah, okay. Also, wir schauen dann weiter. Okay. Das ist alles. Danke. Danke. Ja, Einlass hat begonnen. Hi.